Das war nicht nett. Doch. Ich schnauze jetzt. Ich bin jetzt emotional angeknöpst. Was machst du denn da? Du sollst wrenchen und nicht Eisentüren aufschlagen. Aber da ist doch ein Auto drin, du Arschloch. Ja, sag ich doch. Mach weiter so. Gib mir mal einen Starr, Junge. Wo bist du? Ich bin weitergefahren. Wee. Ähm, hier. Und hier und hier und hier und hier und tschüss. Ne, 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 ne. Hier, Stein und Sand kannst du wieder mitnehmen. Nein, ich bin weg. Ich bin voll, Junge. Tja. Dann sind die jetzt kaputt. Dann lass doch da liegen. Ja gut. Schmeiß ich jetzt sowieso raus, weil ich sonst überladen bin. Ah. Du hast vorhin doch gesagt, du möchtest bitte alle Steine und alles an Sand haben. Ja, hast du mir ja nicht gegeben. Hab ich ja jetzt gerade. Ja, jetzt. Es ist zu spät. Ist das jetzt mein Problem? Nö, ist das das Problem des Spiels? Das Spiel muss damit klarkommen. Nicht ich. Ich würde das Spiel ewig lecken, weil es da liegt. Ja, oder weil du einen Kartoffel-PC hast. Es ist eher noch ein Kartoffelsalat. Auch ein bisschen besser wie die rohe Kartoffeln. Oder gekocht. Oder gebacken. Ich gucke jetzt mal. Vielleicht finde ich ja hier noch was Interessantes in dem komischen Bauernhof. Ja, bestimmt sind Autos. Ja. Du schaffst das. Also Fahrradfahren und Kaffee ist echt gut. So durchrushen, ey. Oh, oh. Wenn wir schon mal da sind, was denn? Da schläft was Grünes. Ich gehe. Scheiß auf den Bauernhof. Ja, Mann. Total. So. Alter, ich bin ja den ganzen Tag wirklich ausgebuddelt. Ja. Ja, da bin ich auch feige. Stehe ich zu. Dann ist ja gut. So, hier wächst noch alles. Hier auch. Wächst, 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 wächst. Samen, Samen, Samen. Wächst. Alles wächst gut. Ich bin mal hier durch die Ruine hoch. So, wir brauchen Eisenstammen. Eisenstammen. Was heißt nötig? Ich habe keine Ahnung. Stell doch einfach mal von neben einher und guck. Also, was würden jetzt schlaue Leute machen. Also, nicht ich. Ganz genau. Deswegen sage ich dir das ja. Das ist nett, danke. So bin ich. So, jetzt haben wir eine Eisenstamme. Platzieren wir mal. So, wie sie ja auch dran soll. Und advanced. So. Und das ist jetzt mittig. Mal neben ansetzen. Advanced. Ach so, mittig vom Block. Verstehst du? Ach so. Okay. Also, braucht kein Mensch. Nicht unbedingt. Nein. Dann haben wir die wegkauen hier. Wow. Okay, die haue ich jetzt nicht weg. Zweifel, Halbbarkeit. Aber nicht schlecht. Dann machen wir mal ein paar Eisenstangen. So, wie viele brauchen wir wohl? Hm. Ich kann nur 40. Wie geil ist denn eine? Ich weiß nicht. 80. Der gibt einfach mal eine 4. Mal wieder auch eine Scheiße. Mal wieder raus hier. Das ist, wenn man Eistie über seine Tastatur verschüttet. Jep. Ich weiß. Ich kann nur 43. Boah, sind die teuer. Ja gut, dann halt 40. Dann schmelzt noch ein bisschen Eisen rein. Wir haben ja genug hier irgendwo. Ja, wir haben einen ganzen Stack schon voll. Ja, nochmal. Mal kurz die Stangen noch schmelzen hier. Nicht schlecht, ey. Deine Batterie und Generatorbank liegen noch in der Werkbank, ne? Also, Eisen rein. Die Dinger dauern eh 18 Minuten. Wir haben genug Holz für alles. Gut. Kannst du dann gleich, wenn du den Turm baust, ne? Mhm. Kannst du schon mal so ein so ein ganz kleines Räumchen basteln. Das benutzen wir dann als Generatorraum. Aber den hätte ich auch gerne mit Beton. Damit der nicht direkt kaputt gemacht wird. Okay. Sollen wir den Generatorraum nicht unten legen? Ja, da weiß ich aber nicht, wie das dann klappt mit den Kabeln. Das weiß ich. Du kannst es verlängern mit diesen Relays oder so. Ja, aber halt durch die Erde und so, ne? Durch die Erde gehen die, ja. Durch Wände und Erde. Ist leider so. Ja, aber ist ja dann ein bisschen schwierig mit den Relays. Wo willst du die in dem kleinen Aufgang setzen? Ich kann die ja nicht in der Erde setzen. Dann müsste ich ja erstmal alles nur aufbuddeln. Wer hast du beschäftigt mit? Bau mir da so einen kleinen Bunker hin, Junge. Okay. Ich hab einen Motor. Ich hab einen Motor. Aber warum hab ich... Äh... Was brauchst du eigentlich für ein Auto? Weiß ich nicht. Interessiert mich jetzt auch gerade gar nicht. Würde den Weg, glaube ich, ein bisschen schneller machen. Dann bau dir doch einen. Ja, das hast du geskillt, leider. Ja, Pech. Sonst hätten wir schon fünf. Ich frage mich gerade eher, wo der Motor jetzt hin ist. Ich hab den doch nicht im Inventar. Nee. Ach, der ist da runtergegangen. Fahrrad nicht mehr da ist. Außerdem, wir sind doch sportlich. Wir fahren halt gerne Fahrrad. Ja, ja. Ach da. Du siehst den Scheiß, da bau ich erstmal nicht. So, ähm... Wir bauen einen Turm. Ich hab keine Ahnung. Hier ist der Aufgang. So, ab hier benutzen wir dann Beton. Auf jeden Fall können wir auch genug Autoteile einschmelzen für Messing. Vielleicht nehm ich auch schon wieder ein paar Radiatoren. Drei Stück. Das ist gut. Ja, Messing nehmen wir auch noch raus. Blei haben wir jetzt auch. Leder brauchen wir nicht unbedingt, ne? Nicht unbedingt, aber... Haben wir genug, ne? Ich weiß nicht mehr, weil viel Leder haben wir ja halt verloren. Ja gut, ich hab jetzt erstmal die Stofffetzen weggeschmissen. Die kann man zur Not aus... Die kannst du wegschmeißen. ... und Pflanzenfasern gemacht. Richtig. Ne, ich fahr jetzt mal ein bisschen in die Straße beim Trader nur lang. Okay, wieso kommen wir jetzt hier? Dann werde ich gleich mal irgendwo links abbiegen. Dadurch mal so ne kleine Runde fahr, dann wieder zur Base und dann werde ich die... Ja, nicht zur Base, zur Kirche. Dann werde ich die Nacht mal da bleiben. Und dann schon mal ein bisschen craften und so. Du kannst ja dann da noch weiterbuddeln. Ja. Aber ich muss ja auch neuen Beton dann einstellen und so, Scherze. Ich überlege gerade, wo ist denn der Eingang zu der Base? Der ist ja von oben. Hier ist die Hedge. Wir müssen ja auch irgendwie reinkommen. Mhm. Und wir wollen keine Falltüren mehr haben. Hm. Kannst du mal gucken, so ne Hängebrücke, was du dafür brauchst? Ich weiß nicht, wie die heißt. Wär ich auch nicht. Es gibt so ne Brücke, Bridge, Brücke, Tor. Verstärkte Zugbrücke. Ja, sowas. Zugbrücke, Zugbrücke. Ja. Ich brauche geschmiedetes Eisen. Habe ich. 1000 Holz. Kriegen wir hin. 20 Schraubenfedern. Musst du sagen. Ja, ich habe jetzt gerade nur 13 bei. Ich weiß nicht, wie viel in der Base ist. Und 30 Mechanical Parts. Ja, dann kenne ich schon meinen Aufgang. Gut. Und den brauchen wir dann bald. Weil dann lasse ich hier nämlich offen jetzt, solange wir noch keinen haben. Dass wir unser Hedge erreichen. Ja, spätestens. Spätestens morgen. Ah, verdammt. Ich habe meine Abzweigung verpasst. Das kenne ich. So, von der Hölle her sollte das doch cool sein, ja eigentlich. Fahre jetzt nämlich hier nochmal. Fünf noch hoch. Oh, 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 oh. Oh, Bär, 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 Bär. Fahr, 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 Fahr. Hat der mich gesenst? Nein. Oh. Ich bin voll an dem vorbeigefahren, aber... Juckt der nicht. Ja, manchmal brauchen ihn ein bisschen, ey. Oh, ich habe ein Level-Up. Nur durch Craften und Bauen. Kommt nämlich hier alles zu. Und dann machen wir uns hier eine richtig dicke Brücke hin. Da muss ich aber jetzt gucken mit der Brücke, wie sich alles verhält, weil das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Wie wir das dann bauen. Auf jeden Fall, das möchte ich ja. Wir gehen lieber noch zwei hoch. Ist das sicherer, wenn so ein Spuckhammer da ist. Und dann machen wir uns. Dann komme ich hier. Oh nein. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich feiere so die Nailgun, ne? Lassen wir jetzt halt hier noch so... zwei, drei offen. Jawohl. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich am nächsten Tag weiterfahre. Hast du eine Autoquelle? Nee, aber ich fahre da mal weiter... südlich. Ich wollte hier der Straße folgen. Und dann, äh... gucke ich mal. Müsst du eigentlich dann ins verbrannte Bioben gehen? Die Straße, die da jetzt war? Gutsch. Boah, voll weggemetert, das Vieh. Im Fahrrad? Ja, sehr. Ich glaube, ich glaube, er hat drei so etwas gemacht, ey. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist das hier auch? War mein Auge gut? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Natürlich nicht. Sechs. Ja, du trägst ja nicht umsonst, ne Brille. Genau. Obwohl, das ist eigentlich scheißegal, oder? Guck mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Obwohl, der sechste ist der Block. Da müsste das hier stehen, quasi. Ach, was soll's? Steht aber eher hier, ne? So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt, eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was ist aber dann hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Passt. Die müsste jetzt hier auch passen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Was zählst du da eigentlich ab? Jetzt nix mehr. Ich baue einfach so, wie der graben läuft. Ist mir jetzt wurscht. Jetzt kommt das Ding hier. Ist halt ne Seite länger. Ist mir jetzt egal. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ja. Und hier. Du fängst einfach an, drauf loszubuddeln. Ja. Ja. Sagt er ja. Bist du halt anders von mir gewohnt? Nein. Ja, also. Beschwer dich nicht. Ja. Wenn du jetzt nicht die Schnauze hältst, baue ich dir deine scheiß Zugbrücke nicht. Ja. Kletter ich wieder auf den Poppenpilz. Die Svenja ist nix anderes gewohnt. Ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Passt schon. Oh, schon wieder ein Pferd. Oh, der rennt irgendwo hin. Oh ne, der hat mich gesenst. Fah, 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 fah. Zombie-Bär? Äh, ne, ich glaube, normaler. Dann Fleisch. Na raus. Ich hab keinen Platz für Fleisch, Alter. was schläft bei dir aber steh ich daneben so schauen wir uns noch von oben an hier so entweder werde ich sterben oder ok ja nur ist das rippt video er ist ja keine drei ja siehst du hast nur gemacht ja auf den bären geschossen ja wie bist du dann gestorben ja weil er natürlich nicht nach zwei schüssen tot umfällt aber nach drei nein nein so auf die flur haben wir denn ach dann schaffe ich ach nee ich bin ja hier beim poppen ist das geil so was kann bei mir passieren wir haben ja noch gar keine neuen dings gestellt ne was denn keine neuen schlafsäcke nein in der kirche nicht nein die sind immer noch ein poppenpilz ach so ja klar ja da ist auch der sicherste punkt für uns das ist right korrekt korrekt so jetzt so langsam nimmt die vision von letztem mal hier gestalt an zwar keine hübsche aber gestalt ob ich das jetzt schaff das weißt nur du und der bär du kommst jetzt gefälligst mit alter bitte bitte ich hab hier bauaufträge deine mutter hat bauaufträge nein die ist Rentnerin aber lass die niemals die videos gucken krieg ich eher davon nein doch wisst ihr was aber ich mach nochmal eine zweite reihe trustings einfach nur für die stabilität denke ich zwei reihen sind da sinnvoller vielleicht machen wir auch die äußerste mit beton wäre vielleicht gar nicht verkehrt dann haben wir nochmal ein bisschen stabilität weil ich weiß ja nicht was da wohl auch mehr haltbarkeit weil so ein trussing hält ja nicht viel aus so sind dann die ecken wenigstens geschützt vor den spuckern und die iron bars sind ja ich muss nochmal zurück ich muss die bars nochmal einstellen du kommst jetzt erstmal mit mir zu den bären nein jetzt doch nicht doch alter 20 uhr wo ist denn der bär holst du mich jetzt ab soll ich mich nackig in die kirche stellen oder was den ganzen dude in der kirche den ich jetzt vielleicht brauche das klingt falsch wissen du kommst du jetzt zu fuß zu nun ja nee ich fahr mit dem auto kommst du zu mir oder was ja liegt auf dem weg ja wird knapp ne ja zur tot fahr ich mit dem fahrrad eben durch die nacht kannst du denn hier bei einer baufolge mir action ansehen ja ich war darauf nicht vor oh ich hab keine beton mission mehr haben wir noch beton mission ja in der kirche müsste fertig sein hm na gut dann holt mein inventar auf für heute ist hier feierabend die iron bars habe ich auch nicht dabei die sind ja in der schmiede hm 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 ja wir werden jetzt todesmutig den bären noch töten das auch noch ja hm 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 das bringen wir uns gleich unten irgendwo an das sind unsere Bausachen ja passt da haben wir aber ihr seht schon mal hier so ein Grundgerüst vom Plan außen sowie innen hier kommen dann diese Eisenstangen rein das wir halt es ist echt nicht symmetrisch Leute tut mir leid aber ey mir gefällt es es ist meins unsers ähm dann werde ich hier wahrscheinlich noch ein Grab ein bisschen ausbuddeln dass wir hier echt noch ein paar ganz normale Spikes reinstellen beziehungsweise später dann Blade Traps und Dart Traps und was es da alles so gibt hier zwischen die beziehungsweise außen um die oder zwischen die wie der Raphael die setzt kommen dann die ein oder zwei rein je nachdem wie viel er da produzieren kann von diesen elektrischen äh Stachel also Elektrozäune halt ja und dann schauen wir wie das dann hier aussieht weiter und äh ja wie das hält ne wo bist du jetzt ja ich bin ja gerade äh ich schwimm durch den See du schwimmst es ist 9 Uhr wo müssen wir denn zum Bern hin links von mir äh ja weit links von mir warte ich kann jetzt halt auch so schlecht gucken weil ich dann untergehe äh ne so schräg nach links unten mhm ja gut also ich bin in der Base dann musst du mich abholen gibt dann wahrscheinlich noch eine Nachtfolge hier oder ich komm dann jetzt in die Base und muss morgen früh craften ja du hast aber keine Spitzhacken äh stellst du mir jetzt eine her noch eine ja das ist verschwenden aber egal dann verkrafte die nicht und verhau die nicht dann kann ich die gut verkaufen die blaue genau also nur repariere ich die Eisen hab ich genug ja gut dann komm ich nicht zur Kirche heute mehr dann gibt es jetzt keine Bars dann muss ich am morgen nochmal hin ja fahr mal da morgen früh direkt hin pass auf dann gehen wir dem Raphael noch entgegen bevor der noch Ärger hat gleich so nackig wie der ist ja ganz nackig ich hab nur einen Rucksack und einen Rucksackschort das war jetzt ganz falsch sehr falsch äh gut ein Schuhranzen als Accessoire die Belgier ja hier komm wir wir geleiten dich noch zur Base ich hab ne 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 Begleitquest bei Seven Days eskortiere den nackten Schuljungen ey oh mein Gott das hört sich so falsch an ey du hast das mir in den Kopf geprügelt jetzt was ist das denn hier Jucca? oh Tatsache guck mal die baue ich mal ab Jucca Pflanzen heidelbeeren heidelbeeren ne 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 Gott solz vielen dank wo bist du denn? da bist du ja braaaa du bist angezogen bei mir ok bei mir hast du Mantel und Hose alles ja kannst du mich halt nicht vergewaltigen guck mal guck mal du bist schneller als ich mit Waffe guck mal Hammer ja jetzt bin ich auch schneller ich bin mit Waffe langsamer gelaufen ja ist aber auch gut zu wissen ja ist aber auch gut zu wissen so da haben wir ihn nach Hause gebracht dann kriegen wir jetzt ne Spitzhacke in die Hand und damit gebuddelt ja da ich geh ins Licht na sind wir ein ganzes Stück weiter gekommen und ähm ja wir sagen bis zur nächsten baulastigen Crafting Folge bis dann Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Exakt.